Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Kluge Menschen sind voller Zweifel. Glaube ich. Alter, die hat gesagt, du bist fett! Was? Roll mich zu ihr rüber! Ich koche heute für meine Eltern. Ratet mal, wer viel zu früh Essen ist fertig rufen wird und wer dann den Tisch decken darf. Rache, endlich! Lehrer, es gibt keine dummen Fragen. Schüler? Ist das Gegenteil von Anja eigentlich Ausnein? Okay, wow. Schaust du aus Stranger Things? Ja, ich bin aber noch nicht durch. Ich auch nicht, wo bist du gerade? Zu Hause, warum? Ich finde, Polizisten sollten Pikachu rufen, wenn sie jemanden tasern. Seitdem ich Adblocker Plus verwende, scheinen alle Frauen in meiner Nähe irgendwie das Interesse verloren zu haben. Seit tausend Jahren übertreibe ich nicht mehr. Es ist sehr ironisch, dass das Internet eigentlich erfunden wurde, um Zeit zu sparen. Guter Sex ist wie scharfes Essen. Fängt im Mund an und endet mit einem brennenden Arschloch. Ich habe für meine Freundin eine Überraschungs-Bukkake-Party veranstaltet. Jeder ist gekommen. Ihr hättet ihr Gesicht sehen sollen. Was bekommt man, wenn man Bier mit Wasser verdünnt? Eins aufs Maul. Hatte gerade ein Déjà-vu und eine Gedächtnislücke gleichzeitig. Stand zu Hause und dachte mir, das hast du doch schon mal vergessen. Afrika HD. Schwärzer als die Realität. Heute ist ein schöner Tag, um Frauen mit Duckface im Park mit Brotstücken zu bewerfen. Volker geht bald in Rente. Wer macht dann seinen Job? Sein Nachfolker. Für mein Gewicht müsste ich eigentlich 2,20 Meter groß sein. Aber ich kann essen, so viel ich will. Ich werde einfach nicht größer. Ein wildes Postbote erscheint. Ich setze Türöffner ein. Das ist nicht sehr effektiv. Postbote setzt Abholschein ein. Postbote flüchtet. Ein Zollbeamter entspricht 2,54 Zentimeter Beamten. Warum streut eine Blondine Chili auf den Fernseher? Damit das Bild schärfer wird. Bist du bekloppt und nicht Plenplen? Dann abonniere Master Jam.